Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein weiteres Operation Shadow Rap Video. Wir spielen heute mal zusammen, also ich und ein Kollege meine ich damit, mal die Game Mission, weil dafür braucht man üblicherweise zwei Leute. Das ist auf dem Offline-Server gegen Bot. So, mit hin auf dem Server. Ich habe ganz aus Versehen natürlich wieder vergessen, meinen Mitspieler zu erwähnen. Ghostjack, alias Max. Und jetzt, wir haben jetzt schon zum dritten Mal gefühltes Video gestartet. Ach, was ist ein First Take? Ein First Take, ja. Genau. Guck du mal bei dir. Ja, die kommen bei dir wieder. Jetzt warten sie wieder. Die Smoken jedes Mal, die sind so lost. Die Flaschen sich selber voll. Ja, ist sie schon. Tschö, ich mach. Tschö. Sehr cool, die Fahrt. So, ich weiß, man. Einmal. Nein, ich bin zu dumm. Jetzt kommst du, der Heavy-Bot. Das Team weiß gar nichts. Ja, ich weiß, dass ich ein Heavy-Bot bin. Ich bin halt schon breit gebaut. Kann man hören, den Maulen. Ja, kommst du auch. Der kommt. Der kommt bei mir. Ja, so muss das. So muss das. Komm mal, ein Ranking hat immer wieder Bock drauf. Was war das denn? So, 25.000 Punkte kriegen wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warum haben wir einen Abzug? Damage taken by Team. Ja. Oh, Bonus XP habe ich bekommen. Wenn wir sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden das zusammen öffnen hier. Auf jeden Fall. Wie viel kriegen wir da? 5.000, gell? News Item. So, Master, Sir Game, Rank 13 sind wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, das Video würde ich mich sehr über eine positive Bewertung wie ein Abonnement. Und auch einen Kommentar freuen. Jo.